Dieser Besuch war ein bemerkenswertes Ereignis. Nicht nur, weil es ihr einziger auf der beliebten europäischen Ferieninsel war, sondern auch, weil er so sehr von ihrer üblichen Reisephilosophie abwich. Merkel, die oft als Mallorca-Muffel bezeichnet wird, hat immer eine eher zurückhaltende Haltung gegenüber beliebten Touristenzielen eingenommen. Ihr politisches Leben war geprägt von unzähligen Dienstreisen, Gipfeltreffen und Staatsbesuchen. Aber ein Urlaubsparadies wie Mallorca passte nie wirklich in ihr Bild als bescheidene und ernsthafte Staatsfrau. Dennoch führte sie ihr Weg einmal auf diese Insel und dieser Besuch bleibt unvergessen. Die Reise fand im Jahr 2006 statt, als Merkel auf Einladung des damaligen spanischen Ministerpräsidenten José Luis Rodríguez Zapatero zur Teilnahme an einem informellen Treffen europäischer Politiker nach Mallorca kam. Dieses Treffen war ein Teil der Vorbereitungen für den EU-Gipfel, der kurz darauf stattfinden sollte. Die spanische Regierung hoffte, durch diese informellen Gespräche einen reibungsloseren Verlauf des bevorstehenden Gipfels zu gewährleisten. Obwohl der Anlass politischer Natur war, bot der Aufenthalt Merkel eine seltene Gelegenheit, die Insel abseits der typischen Touristenrouten zu erleben. Sie besuchte das historische Kloster Luc und unternahm eine Wanderung in der beeindruckenden Berglandschaft der Serra de Tramontana. Ein weiteres Highlight ihres Besuchs war ein Treffen mit lokalen Umweltaktivisten, die sich für den Schutz der einzigartigen Flora und Fauna der Baleareninsel einsetzen. Merkel mentioned during a press conference that Mallorca is a popular holiday destination, but for her as a passionate hiker, it is an interesting place, mainly because of its spectacular nature. She also mentioned that through the short stay, she gained a better understanding of the challenges and successes of local conservation projects. The visit left a lasting impression on the local population and the media. Angela Merkels Anreise und ihr bescheidener Auftritt wurden als Zeichen ihrer Bodenständigkeit und ihres Engagements für ernsthafte Angelegenheiten selbst in ungewöhnlichen Umgebungen geschätzt. Nach diesem politisch inspirierten Besuch kehrte sie nie wieder nach Mallorca zurück. Ihr Fokus blieb stets auf politischen Aufgaben und weniger auf den typisch touristischen Vergnügungen. Anlässlich ihres 70s. Geburtstages erinnert man sich nicht nur an ihre beachtlichen politischen Errungenschaften, sondern auch an diese seltenen persönlichen Momente, die einen Blick hinter die oft steife Politikerfassade werfen lassen. Ihr einziger Besuch auf Mallorca ist ein kleiner, aber faszinierender Teil ihres Vermächtnisses. Autor Anita Farke, Mittwoch, 17. Juli 24.